und wirklich wir gehen gegen mich die Füße doch klar lauten er wird jetzt die letzte Runde wo wir auf Schleimhaus aufgenommen das er wurde ja blau-rot blau blau der blau amortizierer blau deswegen Max es in Europa und deswegen können wir auch nicht rot gehen ein Problem ist User join your channel komm rein äh ich hätte es geschehen gewinnen und ist äh Lunar Gold Schwule, schwule Skull Alter, ach so, er isst einen, weil ich früher gar nicht Es ist nur ne Pizza Es ist nur ne Pizza Was machst du? Nur ne Pizza, die dritte aber egal Alter, bist du fressens Typ Kacke, Alter Jetzt ist da ein anderer drin Hello Eddie Hero, Alter, yo Eddie Hero Lass auf gelb gehen Gelb? Ja komm mal, lass gelb man Danach können wir gern blau von mir aus Ey, ich kann doch nicht hin Oh, Max, das ist ein blau dran Super Mario, ey, mach ich eh fertig gemacht LOL LP YouTube Da is glaub ich ein YouTuber Warte mal Da ist bestimmt gerade Kronkh sein zweiter Kronkh Na Qtie Pelver schön Oh, der vielleicht doch auch selfie Sie sehen, sie sehen das alle? Ja Ach, jetzt steht vor Jetzt steht er vor seinem Namen Premium Alter Lohmann Ach, die Kulümer wieder Ach, die Kulümer wieder? Ach, die Kulümer wieder? Alter, mir wie es ist das scheiße ernst Leck mich doch Oh, Mann, ey Mein Alter, mein Jobs Lass, lass den Bomben bauen Ich mag Bomben Ich mag Bomben Du mein? Okay Ja Okay, das sind doch alle Fischungen, wenn ich mit Hey Michi guck mal im Chat, ey Moin Hashtag Alter, richtig krass, ne? Können wir da ausprobiert Ich baue unsere Base Komplett zu, bis auf Was halt? Dann seid ihr fertig Ja, keine Ahnung, ne? Also heute weiß ich noch nicht, ob ich Kronoswerk suchte noch, aber Okay 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 Alexander, 50, hat das Spiel verlassen Okay Michi, lass mal den Turm hier, der Verteidiger bekommt Na, ernst jetzt Wann Das ist doch ne Hure in der Mitte Weil du selbst sein wirst Weil du selbst sein wirst Ja, gut, ich mein, ne? Da war ich mich doch nicht aufhören Nee, höchst mich erinnern Ah, okay Mach ich halt da, in der Stelle halt den Ton her Ja, mich Max, mit der Synchronität hast du, oder auch? Okay, da rein Was denn Synchronität soll? Wenn ich hier Wegen die Ex-Bist du So eigentlich dumm? Ja, guck dir das doch mal an! Ja, guten Morgen, hier ist er noch In der Mitte kommt dann haben wir die Mitte Ja, du hast dir da beschwert Wollte vielleicht einer in der Mitte kommen Wenn die Wollte Ich will hier erstmal unsere Base hier fertig machen, Alter Ich Ich mach unsere Base fertig Ja, ich mein auch hier die Gänge, Mann Nein, die Gänge mach auch ich für dich Ah, jejejeje Ich bin wie der Baogu Weiß, der zugebaut Ich bin zwar arbeitlich Wollte hauren Der Max finde ich hier nicht gleich auf firsten Weiß ich dir den Arsch auf Wo Wächtig Wie viel mehr viel einfach alles abbauen, Alter Das ist so geil Äh, toll Und ich muss nur mehr mehr zu bauen Das auch, da ist einer von Gründen Das Baut ihr hier Ist direkt Downfliegt gedauern Na, voll vergissene Gäste, Alter. Da hat schon einen Bogen, Mann, bückt dich. Der trifft nicht. Oh, doch, den hat er doch mal getroffen. Pass mal, Mann. Maxime, magliche Entzündung, Alter. Och, ne, der ist schon wieder mäffig, Alter. Oh, fuck. Hey, what the fuck, wie hat der mich jetzt gerade getroffen? Ja, der müsste der Bogen, der Haar. Der Anti-Made. Probe mal kurz was zu trinken. Achso. Ja, Mann, ich bin mal raus. Und jetzt steht er hier wieder auf Katrin, Alter. Snackt wieder ein Tims, Alter. Scheiß Anti-Made. Max ist doch wirklich voll der Anti-Made, Alter, ne? Und, scheiß Römer, das ist ein Metal. Ich, ich springe an, zu sneaken, Alter. Läckchen, Mann. Na, verschuldet er, ohne Grund, ruhiger Sprung. Kann meine Essen bring, bring schnell? Ja, 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 ja. Hey, was, wieso? Wo bist du denn überhaupt? Bitte. Hä, wieso hat Max ne bessere Ping als ich? Der hat grad früher was aufgenommen als ich, Alter. Was? Niemals. Äh, sieht mich glaub ich nicht. Ich glaub es ist der 1.8 Bug. Loll. Wie jetzt 1.8 Bug? Da ist im Bett wo sowas manchmal welche unsichtbar. Loll. Gutes Spiel auf jeden Fall. Wieso sind das ja nicht noch so offen, bitte? Ja? Keine Ahnung. Blau kann ja zu uns kommen. Ich mach hier erstmal einen Bombspot. Max? Jo, was geht denn? Mann, warum bist du zu lange gemuted, Alter? Ja. Weil der sich mal wieder frisch ist an Allwasser geholt hat. Das ist echt so. Brau Items, Gemeitems. Max, du hast mir einen Gefallen. Max, wo bist du gerade? Jetzt hab ich keine, ich hab immer keine Feinde, Alter. Brau Bruder, ganz wenig. Max? Schenk ich dir. Ey. Wer hat mir denn eigentlich da oben über Steam geschrieben? Achso, Paul. Ne, 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 ne! Ay. Max, man equippt dich doch. Max ist zu laut dafür. Ey, wie gerne würde ich Max jetzt schlagen, Alter, ne? Mann, ich bin in der blauen Base die ganze Zeit. Max, du bist mir aber den Gefallen und baust die ganzen Gänge zu, die wir zu den Bomben-Spots haben. Warum sagt Max eigentlich immer? Du warst ein bisschen gemütet, du, Loh. Max verstehe jetzt bestimmt mal wieder falsch und baut die einfach so zu, dass wir nicht mal wiederkommen. Ich will da jetzt aber noch auf ne blauen Base ausgebildet kommen. Die blauen Base, die Blau ist ja schon tot. Ja, ich bin trotzdem mit der blauen Base dabei, da kann man noch schön Items sammeln. Stimmt. Krass machen. Warum mein Anal-Turm in Richtung roten? Äh, 300. Mal kurz mal mal das Source-Pack ausprobieren, wie viel FPS ich denn habe. Ich kann ja mal wieder Shade reinmachen, ne? Ihhh, scheiß Wüte, verpiss dich. Okay. Aber nicht. Die Full-Texture-Pack habe ich weniger FPS als mit Sparks. Äh. Und das halt ehrlich jetzt? Welches hast du denn von Sparks installiert? Das ist 265er oder so. Ja, mach doch 125er, reicht vollkommen. Für den Dach-Beteil. 64er reicht auch schon. Ja, aber bei 64er finde ich, das sieht noch ein bisschen komisch aus. Das sieht dann so blockig aus, weißt du? Jetzt auch nicht hier sind von Minecraft. Nein, da muss auch so aus in VR-3. Ja, das ist echt so, Alter. Ich glaube auch, dass so eine 512er hier. Okay, ruhig das mal aus. Ich weiß nicht, ob wir in Mitte können, sind aber hier in Mitte? Können wir uns die Mitte ankrallen? Kannst du mitmachen. Das heißt eigentlich, Scharpens X, das heißt ja, Scharpens 10, oder? Ja, weil das Scharpens X ist aber nirgendswo drauf. Doch. Unbreaking X ist irgendwo drauf. Achso, ja, Unbreaking X. Stimmt, Scharpens 2 ist da nur drauf. Loll, mehr nicht. Ich hab doch gar kein Essen, Alter. Ich bin richtig gut. Ich bin der Pro-Mine-Kraft-Spieler. Du magst halt verlassen. Ey, jetzt hat ich mein Spiel geschlossen, ne? Mann! War voll equipped. Ich hatte gerade das 512er reingemacht. Hey, wieso hast du das... Hey, warum hast du das 512er reingemacht, Max? Bist du behindert? Aus Versehen, Mann. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Hey, wieso hast du denn überhaupt... Warum hast du denn überhaupt das 512er runtergeladen? Ja, hatte ich mal hier rauf gemacht. Achso, so, da du ja auch gerade den 60 FPS schaffst, ne? Ist klar. Ja, weiß ich nicht. Was? Ja, auf jeden Fall nicht. Weil das einfach krass ist. Alter, was habt ihr denn bei der einen Bombe gemacht, bitte? Hey, wieso, was denn? Zugebaut hat man. Das... Max hat ja zugebaut, oder was meinst du? Ja. Oder Bombe. Ich kann mein Minecraft gerade nicht mehr starten. Krass. Belastend. Eis, du musst es aus dem Ordner löschen. Das... Extra Pack. Schon mit schönen Virus runtergeladen. Äh, lol. Ey, Orchiefer erst mal button, Alter. Cool. Der Orchiefer ist auf Facebook, Alter. Da hockt er im Pool gerade drinnen. Mein Gott. Oh, da war jüdig hin. Nice aus, der Pi. Ich bin wenigstens FKK. Boah, Alter. Ey. Nee. Vielleicht der Spinn. Oh ja, voll die coole Idee, Alter. Was? 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 Ich hab's nicht auf Facebook gepostet. Also ich hab's nicht auf Facebook gepostet. Dein Mom, oder was? Dein Gesicht, was? Ich hab's nicht auf Facebook gepostet. Nein, mein Dad ist noch nicht auf Facebook. So nicht auf Facebook. Ich hab's nicht mit dir geяжetcific. Nicht mal deine Mutter würde sich da hinstellen, 아침. Bist du so für ein Lacher? So nicht? Ich glaub, die Runde kannst du sowieso wegschmeißen. Ach, nein. Alter, ehrlich jetzt? Der fickt mich einfach, man. Das war irgendwie cool aus, muss ich sagen. Ach ne.